Musik Ich möchte eben darüber reden, was Spiele im öffentlichen Raum sind und was sie mit Hacken zu tun haben. Und vielleicht habt ihr eh schon darüber geredet während dem Jugend Hackt Event, was Hacken überhaupt ist. Weil ich glaube, bevor wir über den öffentlichen Raum und Spiele reden, sollten wir uns kurz nicht mehr darüber klar werden. Und wenn wir vielleicht über Hacken reden, dann poppt in allen unseren Köpfen mehr oder weniger das akkurate Bild auf von einer Person vor dem Computer, die wilde Sachen reinhaut in die Tastatur und Software hackt oder Daten klaut oder was auch immer. Und anfänglich war Hacken ja eigentlich nur der Begriff, dass man sie Zugang zum eigenen Gerät verschafft. Das heißt, dass man nicht nur den Computer kauft oder das Handy kauft, sondern auch damit umgehen lernt und auch nicht die Konstruktionspläne versteht und die Software und die Hardware und alles Mögliche. Anstatt eben bloß zu kaufen und nach den bestimmten Angaben zu nutzen, tut man sich selber damit auseinandersetzen, was kann mein Gerät und was kann ich damit machen in Wirklichkeit. Hacken bedeutet also eigentlich in ein System eindringen und es auszunutzen oder anders zu nützen. Da kann man die schöne Beschreibung von, wenn man jetzt eine Ikea-Kastel kauft, nehmen wir und diese Ikea-Kastel nicht nach Bauanleitung zusammenschreibt, sondern wild herum experimentiert. Was geht denn mit den Teilen da eigentlich? Und genauso gut kann man öffentlichen Raum hacken, weil öffentlicher Raum stellt einen Kontext her. In diesem Kontext gibt es ein gewisses Netzwerk an Regeln und an sozialen Beziehungen, die wir uns vorstellen. Das heißt, es gibt sozusagen in unserer Gesellschaft eine ganz klare Vorstellung, was kann man im öffentlichen Raum machen. Zum Beispiel von daheim in die Schule gehen oder von der Schule ins Kino oder von daheim in die Arbeit und so weiter und so fort. Vielleicht kann man sich in einen Park treffen mit Freundinnen oder Freunden und was weiß ich. Einkaufen geht natürlich auch immer. Öffentlicher Raum ist sehr oft mit Konsuminteressen verbunden. Das heißt, gerade jetzt im Winter ist es immer voll schwierig, einen Ort zu finden, wo man sich gemeinsam treffen kann und nicht irgendwas kaufen muss. Und Spiele im öffentlichen Raum ändern das, indem wir uns als Spielerinnen und als Designerinnen für Spiele im öffentlichen Raum diesen Raum aneignen. Eben auch wie beim Hacken sagen, ich benutze das nicht nur nach den bisherigen Regeln sozusagen, sondern mache etwas ganz Neues damit. Und die einfachste Form, den öffentlichen Raum zu hacken, ist, wohin gehen, wo man normalerweise nicht hin darf oder nicht ist. Und die Strukturen dort nutzt, die man normalerweise nicht nutzen kann, die es aber trotzdem gibt. Und Spiele im öffentlichen Raum können ziemlich viel sein und sind ganz unterschiedlich. Sie sind sowohl technologischer Natur manchmal oder einfach komplett analog. Sie reichen von sozusagen Urban Games oder Mobile Games wie Pokémon Go oder Ingress, die bekanntesten. Zu Pervasive Games, was das sind, werde ich nachher nochmal kurz erkläutern. Zu LARP Games, also dieses Live-Action-Roll-Playing-Game und Street-Games. Also es kann wirklich alles sein. Man kann sowohl eben mit Playstation Move-Controllern oder Handys oder Computern was machen, aber auch komplett ohne dem Ganzen auskommen und mit Karton-Sachen bauen oder mit Pool-Noodles. Also da kann man seine Fantasie freien Lauf lassen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass viele Spieler, die designt worden sind für den öffentlichen Raum, unter Creative Commons laufen. Und in meinem nächsten Schritt möchte ich überreden, warum wir den öffentlichen Raum spielerisch hacken sollten. Und zwar hat das eine große Anzahl an Gründen. Einer davon ist der Magische Kreis. Das kommt aus der Schwachsprache. Und das bezeichnet im Grunde das, was das Spiel macht. Und dadurch, dass das Spiel gewisse Regeln hat, schafft es einen gewissen Raum, der abgeschlossen ist von allen anderen Regeln. Im Spiel sind Dinge erlaubt, die außerhalb nicht erlaubt sind. Oder genau umgekehrt. Das Spiel restriktiert uns in Weisen, die wir im echten Leben nicht kennen. Wenn man zum Beispiel Sport als Spielhernehmer und daraus dann Boxen nimmt. Im Boxen ist es mein Ziel, die andere Person K.O. zu schlagen. Wenn man das in echt machen würde, würden wir ziemlich harte Konsequenzen, Geldstrafe, Gefängnis usw. drohen. Im Spiel ist das nicht so. Im Spiel ist das sogar gewollt. Und so sind alle anderen Spiele, machen diesen Raum auf, der nur zu der Zeit des Spiels gilt. Und im Grunde dadurch, dass wir alle sagen, wir spielen da jetzt mit, ist das auch von allen eingewilligt, dass das jetzt so ist. Und Spiele im öffentlichen Raum erweitern diesen magischen Kreis nur um eine weitere Ebene. Stellt euch vor, ihr spielt es nicht nur Fangen in einem Turnsaal zu zehnten oder zu zwanzig, sondern Fangen mit 500 Leuten durch die halbe der Stadt. Oder über einen längeren Zeitraum. Was macht das mit deinem eigenen Leben, wenn du plötzlich irgendwie drei Wochen lang Fangen spielst und die Angst hast, dass vor jeder Ecke oder hinter jeder Ecke eine Mitspielerin von dir lauern kommt und die aus dem Spiel befördert. Das gibt ja ganz andere Erfahrungen, die sozusagen in dein Leben eingreifen. Und nämlich, bevor ich da jetzt noch recht viel theoretische Sachen erkläre, über zwei Spiele reden, die sehr gut erklären, was viel im öffentlichen Raum sein kann. Das erste Spiel nennt sich Journey to the End of the Night. Wurde 2006 in San Francisco und New York zum ersten Mal gespielt. Und wir haben es zum ersten Mal außerhalb Amerikas in Europa, in Wien gemacht. Ich glaube 2008 oder 2009. Mittlerweile spielen da so 600 Leute in Wien mit. In den USA ist das Ganze nur mehr eine Spur größer, wo dann so 1000 Leute oder noch mehr Leute mitspielen. Journey to the End of the Night hat ziemlich viel. Und das erklärt ziemlich gut, was eben ein Spiel im öffentlichen Raum sein kann. Also worum geht es? Im Grunde trifft man sich am Anfang, wie man da eh schön sieht, auf einem Platz, wo genügend Leute Platz haben. Und kriegt drei Dinge. Eine Karte, eine blaue und eine rote Schleife. Die blaue Schleife bindet man sich sofort auf den Oberarm und kennzeichnet eine Spielerin. Und die rote Schleife steckt man ein und kalt sie für später auf. Und mein Ziel als Spielerin ist es jetzt, eine gewisse Anzahl an Checkpoints, meistens zu fünf bis sechs, zu durchqueren und dann ans Ziel zu kommen. Und zwar als erstes. Und dabei darf ich nur öffentliche Verkehrsmittel verwenden oder zu Fuß laufen oder gehen. Also keine Taxis, keine Fahrräder, keine Skateboards, keine Jetpacks verwenden. Gleichzeitig ist es aber auch mein Ziel, dass ich nicht gefangen werde. Weil von Anfang an gibt es sogenannte Chaser, also Fänger, die einen fangen wollen. Und wenn ich gefangen worden bin, dann werde ich selber zu einem Fänger oder zu einer Fängerin. Das heißt, ich gebe dann meine blaue Schleife runter, gebe meinem, der mich gefangen hat, als Trophäe, binde mir die rote Schleife um, ich bin dann selber ein Fänger. Und insofern expandiert es exponentiell. Das heißt, das Spiel wird immer schwieriger, weil es jetzt so ein bisschen Zombie-Outbreak-mäßig ist. Am Ende vom Spiel gibt es einfach irrsinnig viele Fängerinnen und irrsinnig wenige normale Spielerinnen. Und es wird immer schwieriger, durch die Stadt zu kommen. Man muss eben Checkpoints passieren und die Checkpoints können auch komplett unterschiedlich ausschauen. Geht ein bisschen auf die Seite. Und sind ein Spiel im Spiel oder eine interaktive Performance. Also wir in Wien verkleiden uns, machen eben kleine Aufgaben, wie Kunststücke performen. Also die Spielerinnen oder die Spielerinnen müssen irgendwelche Gegenstände finden und zu uns bringen. Aufgaben, Rätsel lösen, alles mögliche. Und Journey macht, dass man jeder Spielerin eine eigene Erfahrung, ein ganz einzigartiges Erlebnis sammelt. Ich beschreibe die Journey immer, man fängt mit einer Gruppe von Freundinnen an und ist vielleicht noch ganz gemütlich unterwegs. Und plötzlich ist man an einer Ecke von Wien zum Beispiel, wo man noch nie war. Es ist dunkel, weil es fängt um sieben auf Nacht an und dauert bis Mitternacht ungefähr. Und es ist dunkel, man ist in einer Gruppe von Freunden und plötzlich kommt ein Fänger vorbei und will uns alle fangen. Und alle meine Freunde laufen in die Richtung und ich laufe in die Richtung. Und dann bin ich dann plötzlich alleine in einer dunklen Gasse, wo ich mich nicht auskenne. Ich habe zwar Karten in der Hand, aber was hilft dir schon? Und habe das Gefühl verfolgt zu werden. Prinzipiell nicht unbedingt das beste Gefühl, das ich haben möchte. Also jetzt in der echten Welt irgendwie in der Nacht heimgehen und dann ist hinter mir irgendwie eine dunkle Person, die mich verfolgt. Das ist nicht das beste Gefühl, das ich haben möchte. Aber Journey schafft sozusagen diesen sicheren Rahmen, weil ich weiß, es ist nur ein Spiel. Es kann mir nichts passieren. Es ist sogar vielleicht ein bisschen Sicherheit da, weil ich weiß, es gibt einfach eine gewisse Anzahl an Personen, die dieses Spiel gleichzeitig spült. Und ich weiß, hinter der nächsten Ecke könnte schon eine weitere Mitspielerin sein und so weiter. Journey schafft es also, oder Spiele im öffentlichen Raum schaffen es, dass man Orte bewegt, sie an Orten ist, wo man vielleicht im normalen Leben gar nicht hinkommt. Oder aber Orte, die man täglich sieht, weil das zum Beispiel der Schulweg ist oder der Arbeitsweg ist, im ganz neuen Licht dann sieht. Zum Beispiel ist dann auf einmal eben da diese eine Prinzessin oder so, die ich retten muss. Oder der eine Prinz, den ich retten muss. Also ich lerne meine Stadt oder diesen Ort ganz neu kennen. Und Journey zeigt das sehr schön, dass man nicht alles planen kann. In einem Computerspiel habe ich immer nur die Sachen, die auch reinprogrammiert oder die irgendwer reinprogrammiert hat. Sei es ihr oder wer anderer. Es kann das größte Abenteuer sein, Open-World-Adventure wie Skyrim oder keine Ahnung was. Aber trotzdem komme ich irgendwann zum Ende. Es gibt immer nur die Sachen, es gibt immer nur die Konversationen, die irgendwer reinprogrammiert hat oder sie ausgetaucht hat. Bei einer Journey kann es sehr wohl sein oder im öffentlichen Raum kann es sehr wohl sein, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Positive und negative. Also jetzt zum Beispiel, dass man von einem Auto angefahren werden würde, ist jetzt nicht so toll, weil dann liegt man im leichtesten Fall vielleicht nur einen Gips. Und wir sagen auch bei der Journey dazu, die Polizei ist tatsächlich die Polizei und die kann die auch verhaften und Autos töten die auch. Weil du auch in so einem gewissen Geistes-Setting dann bist, wo du halt sagst, das Spiel ist eh so sicher, aber es ist in einem gewissen Teil auch nicht. Und ein anderes Beispiel von der Journey ist zum Beispiel, zwei Mädels, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, sitzen an der U-Bahn-Station und auf einmal laufen so 10, 20 Leute an ihnen vorbei. Und sie überlegen, scheiße, ich müsste da mitlaufen, weil da kann ja irgendwo Fire sein oder irgendwas passieren und Panik, oh mein Gott. Und die zwei Mädels sind dann aufgeklärt worden, nein wir spielen nur ein Spiel, es ist alles in Ordnung, wenn sie nicht mitspielt, ganz ruhig. Das wäre die Journey. Und ein anderes Spiel nennen sie Shadowsurfing, ganz restriktiert, ganz anders, nicht so groß wie Journey. Shadowsurfing ist von Invisible Playground aus Berlin, die ganz tolle Arbeiten machen. Worum geht es in dem Spiel? Im Grunde muss man als erste Person in einer Gruppe von Spielerinnen wieder von A nach B kommen. Und darf sich aber nur in einem Umkreis von einer anderen Nichtspieler-Person bewegen. Also einer Passantin, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, in diesem Umkreis von der ungefähr drei Meter muss ich mich bewegen. Oder ich darf mich nur daran bewegen. Also ich darf jetzt nicht frei herum gehen, sondern muss eben bei einem anderen dranhängen und in einem Schatten surfen. Und letztendlich darf ich nicht erwischt werden. Also wenn sich die Person umdreht und mich bemerkt, vielleicht sogar anquatscht, was machst du da, verfolgst du mich? Und muss ich auch aufklären als Spielerin und sage, nein es ist nur ein Spiel, ich spiele Shadowsurfing, bla bla bla. Ich will da nichts Böses. Und Shadowsurfing zeigt eine sehr schöne andere Komponente von Games in Urban Space. Und zwar die Pervasiveness. Es ist ein bisschen schwer zu übersetzen, weil es im deutschsprachigen Raum kein Wort dafür gibt. Es wird immer mehr perversiv einfach verwendet. Das heißt einfach durchdringen. Den Alltag durchdringend wäre eine gute Übersetzung. Das heißt, ich durchdringe den Alltag von Passantinnen, indem ich sie zum Beispiel in einem Spiel einbinde, weil ich sie zum Beispiel verfolge, wie bei Shadowsurfing. Oder bei der Journey, weil einfach Leute spielen sehen und komische Dinge machen sehen. Gleichzeitig aber durchdringt es auch irgendwo meinen Alltag. Weil ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich spiele drei Wochen lang fangen und ich habe irgendwie Angst, dass ich jeden Moment aus dem Spiel geworfen werden könnte, weil mich wer anderer fangen kann, macht das auch sehr was mit meinem eigenen Leben. Weil ich dann immer so ein bisschen diesen Nervenkitzel habe, oh mein Gott, kann ich jetzt die Treppe runter gehen und ist alles sicher oder kann ich das nicht? Insofern kann man eben öffentlich im Raum sehr gut hacken, indem man Spiele darin spielt. Was auch noch ist, ist, dass wir eigentlich sehr wenig Konflikte haben, weil einfach Leute sehen, okay, die spielen nur, die machen nichts Böses, die machen keinen Vandalismus, nichts. Und insofern ist vielleicht auch ein Spiel eine gute Art und Weise, sich Sachen anzueignen, weil man halt von vornherein diese Prämisse hat, die wollen nichts Böses, die haben nur Spaß. Und genau das wollen wir mit Play Vienna. Wir machen eben vor allem Sachen in Wien, hin und wieder sind wir allerdings auch zum Beispiel in Linz. Es gibt in ganz Europa mehrere Gruppen, die ähnliche Sachen machen. Mehr Infos gibt es auf unserer Website und auf Facebook sind wir auch und auf Twitter. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch noch ein bisschen Zeit, dass ihr mir Fragen stellen könnt, wenn es denn dieser Wunsch besteht. Ich bin sonst noch ein bisschen da, das heißt, wenn sie nicht von allen anderen Fragen stellen wollt, könnt ihr mich auch persönlich nochmal anquatschen. Danke. Applaus Applaus Applaus